Hallo Leute, es geht weiter mit The Walking Dead. Schon in der zweiten Episode von Staffel 2. Und wir haben zuletzt unten einen Schatten entlang gehen sehen. Und jetzt denkt die Sarah, dass das Luke ist, der wiederkommt. Ich habe aber so ein komisches Gefühl, dass das vielleicht gar nicht Luke ist, der da kommt. Was ist denn, wenn das jemand anderes ist? Oder ein Walker? Das wäre dann ganz schön gefährlich. Würde mich aber nicht wundern, da uns zuvor gesagt wurde, wir dürfen niemanden die Tür aufmachen. Das ist ja schon eine Einladung, dass dann hier jemand kommt und ich die Entscheidung treffen muss, ob ich die Tür aufmache. Oh oh. Wer ist er? Hallo. Ich kann nicht wundern. Ich kann nicht wundern. Shhh. Hallo. Wer sind sie eigentlich? Ich verschwinde. Carly, wie lautet dein Name? Was ist dein Name? Haha. Mein Name ist George, Annie. Pleasure to meet you. You mind if I come in for a bit? Uh oh. Uh oh. Uh oh. Yes, I do mind. Uh oh. Das sind bestimmt die, die am Fluss sind. Das sind einmal länger verlorener Leute. Ich hab sie gesehen, sie sind tot. Hey. Und eine ziemlich kleine, pregnante Frau. Das ist ein paar Leute, die zu verlieren. Sag mir mal. Das ganze Scheiße ist ein Schmerz in den Arsch. Was schnüffelt der denn hier so rum? Das ist voll scheiße. Kommt hier einfach reingeplatzt und... Was soll ich denn jetzt machen? Oder was soll Clementine jetzt machen? Haha. Wo lebst du? Ich bin schon seit einem Jahr her. Oh oh, jetzt bemerkt er es. Scheiße, jetzt bemerkt er es. Will er mir jetzt was tun oder nicht? Oder... Mano. Dieses unsichere Gefühl immer. Ja. Verpiss dich. Wie heißt der? Ja. Wie heißt der? Aber ein smart man. Was ist mit ihm? Ich sage nur, dass wir unsere Differences hatten. Sooner oder später, die Leute nahe zu dir finden, wird ein Grund, um dich zu crossen. Das passiert jedes Mal. Ja, ja. White ist in trouble. Three moves away from checkmate. What was that? Mmh. 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 Oh. Läuft ja super. Ich hab nichts gehört. Sicher nur der Wind. Ah. Na super. Was mach ich denn jetzt? Mmh. Jan Walker macht nicht die Tür auf und wieder hinter sich zu. Kannst deine Knarre also weglegen. Hm. I told you, nobody's here. Seems that way. Didn't mean to be rude. Couldn't just leave you here with a good conscience if someone was poking around, right? Sure. Hm. Was hat er denn aufgehoben jetzt gerade? Ach, das Foto. Foto nehmen, meine Schwester. Ja, es ist ein Kind. Ja, sieht aus, wie es in diesem Raum genommen wurde. Nonu? Woher kennst du sie? Sie sind meine Freunde. Sie sind meine Freunde. Lass mich dir das fragen. Wenn du sie kennst, wie viel sie dich vertraut haben, haben sie mich eingesperrt? Was ist dein Punkt? Wenn Leute dich nicht vertraut, wie kannst du sie vertraut? Ich glaube, ich habe dich genug genug verletzt. Ich kann mich nicht wegwerfen. Kommen sie nicht wieder. Wer sind sie eigentlich? Warte, wer bist du? Du hast jetzt einen wirklich guten Tag. Wo ist er? Er ist weg. Was ist, wenn er zurückkommt? Weiß ich auch nicht. Aber erstmal habe ich ihn ein bisschen abgeblockt. Wir müssen uns die anderen finden. Wir können nicht außerhalb gehen. Clementine. Sarah. Sie sagten mir über Pete. Du wirst, wo er ist, oder? Komm mal, los geht's. Ein Mann war hier. Was? Was hat sie gesagt? Was soll ich tun, sondern er wäre so, dass ich... Ja, aber ich denke, was machst du diesem Namen? Er hat einen Schnauzer. Hat er einen Schnauzer? Like mine, oder eher Alvin's? Um, es war Droopy. Oh Gott. Er hat dich gesprochen, Dad. Du wirst jemanden nicht schlafen, sind Sie? Natürlich nicht, Sarah. Ihr Dad ist der nicest Mann, ich weiß. Das ist warum er nicht so gut machen will. Oder nicht so. Right? Du wirst diese Menschen schlafen, Lieber. Sie werden oder sagen alles, was wir uns schlafen. Was denkst? Das war Sarah, ich hab das bitte gemacht. Wieso hast du seinen Kämpf lassen, was hat er gewollt, wohin gehen wir? Ja, ich weiß nicht, dass er wieder mit mehr Schnauzer ist, aber es wird okay. Let's just go get your things. Where are we going? Anywhere but here. Into the mountains, maybe. Clem, ich weiß nicht, was er sagt, aber William Carver ist ein gefährliches Mann. Er ist der Kampen nicht weit weg von hier, und er ist sehr smart. Wir waren Glück, zu erinnern. Look, ich bin sorry, dass du involverstest, aber jetzt er hat ihn gesehen, du bist mit uns. Wir müssen gehen. Okay, hat er einen Schnauzer? Mein Gott. Wir müssen ihn finden, Pete. Wir werden ihn auf den Weg raus, Nick. Clementine, du kennst, wo er war, oder? Ja. Okay, jeder holt ihr was, und wir gehen auf den Weg. Oh, so Personenangaben geben, mit brauner Jacke und Schnauz und was, also es fällt mir immer voll schwer, wenn das auf einmal so plötzlich kommt. Und ich hatte da gar nicht drauf geachtet. Just a little ways. Hey, Clem. Sorry if I gave you some shit back there. I'm just a little on edge. It's just a tough time right now, with the pregnancy and all. Why is Carver after you? After me? Oh, you mean us. It's a long story. He, he has a hard time letting go. I know you did your best back there. You know, none of us would make it on our own. Sometimes it's hard knowing just how dependent I am on everyone. I'm not used to that. I'm not comfortable with that. I'm supposed to be a mom soon. Guess I need to work on my patience. Alvin and I still don't know what to call her. Or him, if that man gets his wish. God help me. Any ideas? Clem? 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 Ach, da ist er ja drinnen. Aber Hö ist wahrscheinlich jetzt verwandelt. Ja, der wird wohl nicht mehr drinnen sein. Genau. Keep your eyes open and stay in sight. Uh-oh. Pete! Uh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Uncle Pete! Scheiße. Oh, manno. Es muss voll schlimm für die sein. Oh, mein Gott. Was ist passiert? Was ist der Hölle passiert? Er hat gebrochen. Er hat keine Schläge. Er hat ihn nicht gehasst. Er hat ihn nicht gehasst. Er hat ihn nicht gehasst. Aber wahrscheinlich war das auch so was wie ein Vater für ihn. Es muss sehr schwer für die Gruppe sein. Tell me. Tell me how it happened. Er hat nicht gehasst. 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 Es dachte er hat, er wollte, dass er dich gehasst. Er wollte dir sagen, dass er dir wünscht. Er wollte dir schade. Das ist nicht Krista. Und er trottet da hinten hinterher. Wehe, ihm passiert jetzt was, weil ich ihm das gesagt habe. Fünf Tage später. Fünf Tage später. Was haben wir hier noch? Ist hier noch mehr? Oh. Gut. Wir müssen uns über die Brücke crossen. Los geht's. Hold on, jetzt. Wir können uns über die Brücke crossen, okay? Wir sind da draußen, wir werden uns verletzt. Gehen um das Meer wird zu lange dauern. Right, aber wir haben keine Ahnung, wer ist da draußen. Ich werde über die Brücke crossen, um es klar zu machen, bevor wir die ganze Gruppe kommen. Wir können uns über die Brücke crossen, um es gut zu machen. Ich habe nie gesagt, dass es eine gute Idee ist, aber es ist besser, als zu riskieren, dass alle alle. Was ist Ihr Plan? Clemen, ich kann über die Brücke crossen, schnell und sicher, dass niemand uns auf der anderen Seite warten. Wir haben eine schwierige Zeit, um dich von hierher zu kommen. Wir werden einfach zurück, wenn es geht's Harry. Clemen, ich muss hier bleiben bleiben. Sie ist... Sie ist was? Sie ist nur ein kleine Mädchen, Luke. Ich kann es tun. See? No problem. Es wird gut sein. Wir sehen uns in zehn Minuten. Juste für ein Licht an den Farben. Ich kann auch gehen. Du bist mit der Gruppe. Ich bin gut, Luke. Ich bin nicht das. Ja, wenn ist die letzte Mal du dir gefallen, Carlos? Wenn etwas passiert, ich werde dir. Komm, komm. Aber noch eine dritte Person mehr war doch auch nicht schlecht gewesen, oder? Vielleicht nicht gerade Luke, aber... Hey, sorry about that. I just... I could really use your eyes and right now I don't trust Nick to tie his own shoes. They're just still on edge after the Carver thing. It's been five days. Why would Carver still be following us? What's the most important thing in this world? Ähm, Familie, Essen, Sicherheit? What does everyone want? Even the gangs. You know, what do you think they're all after? Safety? Close. Listen, what's the one thing a guy would walk hundreds of miles to get back? Food. Nope. Come on. Clem, it's family. It's a tough world out there without people you can trust. Not unfamiliar or of you. Anyways, you can ask Rebecca. Okay, I'm not going to get in the middle of it. We've all made mistakes. Done things that we regret. I don't want to upset her. Me neither. Okay. We shouldn't help him. What do you think? I think we can take them. Okay. Und was habe ich für eine Waffe? Also, Clementine? I'll take the big one. You get short. Wish we could use guns. We should be okay. Got it. I'll take the small one. Good. Let's do it. Ja, aber... Aber... Ach so. Und der Kleine ist gleich der Große, wetten. Und der Große ist der Kleine und gar nicht mal so schlimm oder so. Ho! Go ahead. Give it a good pull. It should come free. I know. I've done this before, remember? In a shed. Lebt er jetzt noch? Nice work, kid. Au. Sie neckt ihn schon ein bisschen damit. dass er sie mit der Wunde allein gelassen hat. Aber naja. Aber naja. Vielen Dank.